Stealth Verbesserung Schneller Wechsel in und aus dem Stealth Modus Verringere Energie auf vor dem Stealth Modus Äh, okay Nano Wiederaufladung Hä, warum gehst du aus dem Modus raus Schnellere Wiederaufladung von Gesundheit und Anzugenergie Oh lol, hä, das ist ja viel besser Panzerverbrauch Reduziert den Energieverbrauch im Panzermodus Wie wär's mit dem da Stealth Verbesserung Hörst du, was soll denn der Scheiß Hörst du auf damit Ähm Verringert Energieaufwand Hallo, wieso geht der denn immer Aus dem Modus raus, Alter, was ist denn mit ihm Was ich mach jetzt das Verdeckter Einsatz Ja Oder nein Ich mach einfach das da Cool Warum lebt das Schiff noch? Was soll die Scheiße? Alter Was ist denn jetzt los? Hallo Jetzt wart es halt einmal Zorgelzement Au Wo, wo ist denn das? Was wo ist? Evakuiert Zivilisten Ja, ist jetzt nicht möglich Das ist mit Verlaub gerade noch bisher dämlich Lauf doch zu, Leute Woher? Alter, wieso sehen die mich denn alle Urplötzlich aus 5000 Metern Entfernung Danke fürs Anfeuern Voll nervig Stirb Die Stream snipen die Oha So ist es nämlich Ich glaub nämlich auch Was für hässliche Streamsniper Kann dir mal jemand bannen So Ja, wo sind sie denn jetzt auf einmal alle hin? Jetzt muss ich es wieder kaufen, oder nicht? Hä? Guck mal, der letzte Slot hat keinen Namen mehr Ich hab's kaputt gemacht Hä? Hatte der nicht nen Namen? Ach, umlenken Jetzt steht's dran Machen wir so Lucky hat's kaputt gemacht Ja Lucky hat's wieder kaputt gemacht Hier Ja, jetzt ist plötzlich alles vorbei, oder was? Hä? Was ist denn mit dem Spiel? Warum sind die jetzt alle weg Auf einmal Was ist denn? Warum ist das Schiff Jetzt wieder da? Wie nervig kann was sein? Wie wär's mit nein? Ich kotze gleich ins Müsli, Alter Hallo, Gewerkschaft und so Achso, die Gegner haben auch mal Pause Ja, okay, verstehe ich Das ist eine große Pause Wow-Spiel Geil Sie ist halt nach fünf Jahren erstmal ab Schießen, abschießen Schießt es nach fünf Jahren Danke Was ist nur mit dem Schiff Was ist denn mit dir jetzt? Nicht immer in der letzten Sekunde Fuck In den Panzermodus geh Oh nein Hört doch auf zu existieren, Mann Was ist denn? Woher? Woher? Ich mein, hey, okay Ich krieg die ganze Zeit Nachneine Was ist das? Nest? Was? Das ist ein endlicher Spawner Warum ist das kein Checkpoint? Hä? Ja, Moment Das war nicht schlau Oh Gott Ich hab sofort aus dem Dings rausgeschossen Ich vollidiot Oh nein Oh nein Ein kleiner Kack-Fick-Fack-Fehler Hi, jetzt hätte ich's geschafft Weißt du? Nee Völlig idiotisch Du kannst halt wirklich nicht durchsprinten Oder so Hat ich so vergessen Wie kann es sein Dass sie noch lebt Tschüss Wolf Ich wünsche dir noch einen schönen Abend Schön, dass du da warst Ich hoffe, es war schon spannend Wow Ich wünsche dir einen schönen Waffenstand Ich hoffe, es war schon Ich hasse es Ich hasse es, ich hasse es so sehr Ich hasse es so sehr Das Spiel könnte es vielleicht auch mal weniger ruckeln jetzt an der Stelle What the fuck? Bis er mal in den Schussmodus geht Okay, wow Wieso auch immer ich jetzt nicht panzern durfte Keine Ahnung Ach ja Ach ja Man merkt auch gar nicht, dass ich keine Geduld mehr habe für das Level Oder Lust Oder sonst irgendwas Hallo Geh doch in den Panzermodus Da passiert nicht mal was Hä? Ich werde nicht von IMP getroffen? Gar nichts Wieso geht er nicht in den Panzer? Hä? Ich hämmer den Panzermodus Er macht es nicht Was ist denn jetzt? Alter Das macht es ja natürlich noch besser Oh Mann Oh Mann Das ist nur noch nervig Okay 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 Yo Ich weiß nicht Okay Oh Mann Okay Das war's. Was ist das? Wieso geht es der jetzt nicht? Ich kotze. Die Scheiße ist auf die Nano-Energie. Was? Können wir das aktivieren? Nicht schon wieder. Das kann doch nicht sein. Wieso geht denn auch der Stealth-Messer-Scheiß-Drecks-Wix-Kack-Ding da nicht mehr? Was soll denn das? Die Batterie ist online! Genau das meine ich! Ich könnte kotzen. Die Batterie ist online. Die Batterie ist online. Die Batterie ist online. Die Batterie ist online. Komm schon! Verreck! Bist es mal explodiert? Hm, Nano-Energie! Oh Gott, wie nervig! Geh da rein jetzt! Alter! Alter! Bleibst du jetzt in dem scheiße Menü da drin? So, was haben wir denn? So, jetzt pass auf! Scheiße auf den Megatritt und so, den benutze ich sowieso unendlich selten. Machen wir viel mehr auf Anzug Energie, dass die ganz lange bleibt. Das ist viel, 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 viel effektiver. Cool! Ja, schaut euch den Anzug an jetzt, viel besser! So, machen wir das jetzt! Kurz warten! Ach, plötzlich! Ich krieg's kotzen, es ist immer da hinten, wo ich sterbe! Immer da hinten! Und er geht nicht in den Panzermodus, ich hab genau gesehen, dass ich Panzerung hatte! Warum? Warum? Das reicht! Darf ich da mal durch? Was willst du denn? So, folgendes. Gib mir das! Schluss mit lustig hier! Verreck! Weg mit dem Scheiß! Was? Das geht wie den Kack! Landungsschiff! Von oben! Verlust von oben! Verlust von oben! Weg hoch! Weg hoch! Erlenigen! Standungschiff abgeschossen! Einen weniger! Verlust von oben! So! Verdammt! Tor vorbei! Ja! builders Geht noch raus! Tschau. Scheiß Tür, geh auf, Mann. So. Kack, scheiß Viecher da überall. Gigi, danke schön. Ey, was für ein scheiß Kampf hier, ne? Das war ja ein Checkpoint, hab ich gehört. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja gut. Oh, ich glaub, der Bereich hat sich selbst gecleanet gerade. Also, tschau, ne? Scheiß. Das war, alter. Da hatten wir jetzt aber echt ein paar Probleme, ne? Aber darf er mal haben. Wir sind heute sonst so gut durchs Spiel gekommen. Da darf ich auch mal irgendwo ein bisschen mal kurz festhängen, ne? Aber, wow, ey. Was ging ab? Ja, okay. Läuft doch sowieso gut. Ja, insgesamt, ne? Kriegen wir schon hin. Das ist richtig. Zack. Oha. Schon, oder? Nee, scheiß auf Tarnfield. Äh. Äh. Hä? Lass mich da durch. Ach, shit. Das wird witzig. So, ne L-Tag, wo kommst du denn her? Scheiß auf die L-Tag. Wie einfach keine Waffe in der Hand hat. Du weißt, dass das so nicht funktioniert, oder? Was ist mit ihm? Er glaubt so richtig an sich, ich glaube auch. Alter, was ist mit ihm? Oh Gott! Kannst du noch rum vielleicht ganz schnell? Nice. Wow, Kontrollbuch. Oh ja, stoßen. Marien stoßen. Gib mir Nanomüll. Charly, es tötet Menschen. Ich geh da lang. Taktische Bewertung empfohlen. Hm, nein. Granate werfen sagst du? Beschützt benutzen. Stealth. Schafft ihr schon. Oh, das war geil. Oh, das war geil. Oh, komm ab. Nein, Lucky, ich hab das nur nicht bearbeitet. Falls du es nicht gesehen hast, hab ich auch kein Thumbnail für diese Folge. Es werden jetzt schon Folgen released, die ich noch nicht bearbeitet hatte. Aber geplant. Das bearbeite ich einfach nach. Ich war wieder fast verrückt. Warum werden die plötzlich eigentlich alle so stärker? Das zieht mir alles irgendwie so viel ab. Ne, ne, war kein Versehen. Hab's halt nicht mehr geschafft. Aber ist ja nicht so wild. Das ist nicht so geil. Ich kann zielen. Oh. Er bewegt sich halt wie so ein Stück Stein. Und bis er mal schießt, wenn du die Waffe wechseln. Ich bin viel zu aggressiv gerade. Ich muss wieder viel mehr Stealthen und alles. Ist einfach dem Gelände vorne verschuldet. Ich will jetzt nur noch so durchrushen. Das ist einfach keine gute Idee. Ich muss das lassen. So, also. Cool, da kann ich nicht hoch. Oh, lol. So, gib mir das Ding jetzt. So, das war das. Gut. Bisschen Nano sammeln. Move. Was für Ding? Danke für den Clip übrigens. So, los auf. Wir nehmen das einfach mit. Hat noch 100 Kugeln. Da geht schon was. Ach man, ohne Waffe. Voll gut. Wo ist Fetty? Da. Ich hab Zeit. Schön. Danke. Okay. Manchmal fällt's von nem Beat her gar nicht auf, dass die Musik hängt. Aber die hängt halt einfach dauerhaft. Das ist so dämlich. Hm. Also. Okay. Okay. Tarnfeldsuche. 16.000. Ja gut. Ja gut. Ich find's schon nervig, wenn es hängt. Wenn was hängt? Kriegen wir noch von der Musik? Was? Scarlett Johansson. Ja okay. Ah, duschen. So ab dafür, ne? Klar geht's um die Musik. Was sonst? Weiß, weiß nicht. Was ist das? Neues Fahrzeug. Danke. Was geht hier vor? Ähm. Hey Masken. Was ist mit euch? Alles gut? Was passiert hier? Das gefällt mir nicht. Ja. Ja danke. Ich werde mal gucken. Ich werde mal gucken. So. Das hier ist jetzt. Was habe ich hier gerade drin? Die... Das hier ist... Hä? Hä? Das ist keine Scar. Aber... Stimmt dumm? Ich brauche den ganzen Käse nicht. Ab dafür! Molusken? Das ist nicht gut. Molusken? Das ist nicht gut. Molusken? Das ist nicht gut. Molusken! Es schafft ihr mega easy ohne Milchressend. los! Mein Anzug lädt sich ja fast die ganze Zeit sogar auf, während ich hier rumlatsche. Hi! Mann, da wollte ich ihm nur freundlich auf die Schulter klopfen oder ist einfach umgefallen? Hi! Kann ich den... Hey! Hey, der Großer! Kontrollpunkt! Feuergänger! Nice! Gut! Aber echt so! Hey, Bro! Und er kippt um, ja? Also irgendwie, ne? Was war denn da los? War bestimmt einfach nur erschöpft! Sooo... Ach, so viel schöner, wenn man jetzt wieder irgendwie besser durchkommt plötzlich! Du-du-du-du-du-du-du-du! Der große ist Geschichte! Machen wir mal Türchen auf! Hier, guck mal da! Steige in das gepatzelte Fazio! Auch noch! Aua! Seid ihr dumm? Nicht schon wieder Roadkill, Alter, das habt ihr schon mal! Was soll denn das? Welches denn? Hallo? Ab dafür! Oh nein! Es ist so ein Scheiß! Oh nein! Ich glaube, ich weiß was, was das ist! Ich glaube, ich weiß was, was das ist! Oh... Scheiße! Kein Stealth! Also kein Panzer! Neue Musik freigeschaltet! Danke! Achso! Kapitelende! 2 für 50! Was? 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 Was ist passiert hier? Ende! Ich hab's!